Leute, bevor das Video beginnt, danke für euren krassen Support in letzter Zeit, danke auch an Stunrix, der auf meine Videos auch reagiert und heute gibt es ein kleines extra Video am Sonntag, ich habe gestern Abend mal eine YouTube-Kacke von Stunrix hier gemacht und jetzt viel Spaß mit der, let's go! Wir haben also eine 9 und eine 10 dabei, es ist schon mal sehr blöd, eine 18 haben wir auch dabei, sehr blöd, eine 19, die haben wir sogar zweimal, das ist so scheiße, wir haben einmal was richtig, die Superzahl stimmt, die stimmt in den letzten Ziehungen, ja auch stimmt ja, das heißt es sind mehr als 2 Euro, die man da rauskriegen B711 fängt mit 70 an, total falsch, die Super 6 haben wir, doch die 5, das war es aber auch, toll, die 5, okay, ist ja richtig gelaufen, ähm, ja, gut, 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 wir haben mal Super 6 richtig, wir haben die Super 6 richtig und wir haben total verkackt, aber es hat wieder mega Fun gemacht, das heißt, wir werden das nächste Spiel an Samstag machen, denn ich habe den alten Lotto-Schein abgegeben und dann werde ich den an Samstag abgeben und damit gleich den neuen Schein bezahlen, allerdings wird das diesmal nur auf diesem Hauptkanal auf chilliges Brot stattfinden und nicht auf meinem zweiten Kanal, weil da bin ich ja jetzt zwei Wochen gesperrt, also unten in die Garage gemacht, Hashtag CCC Leerzeichen und die Zahlen heran und wir probieren unser Glück an Samstag, was ich im letzten Video dazu gesagt habe, wenn wir den so großen Checkbot knacken, alle für mir Säcke haben, das ist ja schon ein sehr großer Gewinn, je nachdem wie viele noch 6 haben, aber ich schätze, dass da 10 hintereinander kommen, die 6 haben, manchmal ist ja so ein Säcke schon im Millionenbereich, dass diejenigen, die diese 10 Jahre gewählt haben, natürlich zu kurz kommen werden, die kriegen da natürlich ein bisschen was ab, alle, das ist so, dass so ein Geld, Schenkung ein Limit hat, es hat eine bestimmte Grenze und wer unter 18 ist, ist, unter 18, da brauche ich dann die Einverständnis der Eltern, der Eltern, muss mich da informieren, was ich da darf und was ich da darf, ich freue mich nicht auf Samstag, ich brauche wieder Zahlen, Zahlen, Hashtag CCC unten mit Leerzeichen und eure Zahlen in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, damit nicht getan, abonnieren, diesmal verabschiede mich und bin damit raus. Vielen Dank.